Nun, wissen Sie, das Internet ist ja eigentlich die genialste Verkaufsmaschine der Welt. Wir können auch sagen, Google ist die genialste Verkaufsmaschine der Welt, aber generell das Internet. Und wie können wir das nutzen? Schauen Sie mal, Sie sind da irgendwo auf einem grossen Ozean und halten da Ihre Angelrute raus. Und da geht es ja darum, wie fische ich da den Kunden aus dem Internet, dass sie eben solche Prachtkerle rausfischen können. Und ich möchte Sie ganz kurz zu einem Crashkurs einladen, wie man eben im Internet fischt. Ich habe ja eine Publikation geschrieben, wie fischt man Kunden aus dem Internet und verwende diese Metapher eben immer. Es kommt eben darauf an, dass Sie die richtigen Instrumente verwenden, also den Angelhaken oder die richtige Fliege da vorne oder die Harpune oder was auch immer. Aber es ist auch sehr entscheidend, dass Sie eben in den richtigen Gewässern angeln. Zum Beispiel, wenn Sie Lachse fischen möchten, dann werden Sie sie kaum im Zürichsee finden. Und so möchte ich Ihnen auch hier etwas über die richtigen Gewässer mitgeben. Und zu diesem Zweck habe ich Ihnen die fünf Erfolgsstrategien mitgebracht, für eben, dass Ihre Website wirklich erfolgreich ist. Und so möchte ich Ihnen die fünf Erfolgsstrategien mitgebracht.